Hier ist euer Kido 801. Heute melde ich mich mit einem Rundgang durch den Sommer auf der Thoma-Wiese, dem Ersatz vom Dachauer Volkfest 2021. Viel Spaß! Fangen wir an mit dem Kinderkarussell von Spieß. Jetzt geht's los, wir starten. Gefolgt von Trollmanns Schießbude. Gegenüber liegend die kleine Backstuhl. Davon gegenüber liegend süße Spezialitäten. Der Orient Express. Und Magic Dart. Irgendwie liegend davon die Fleckalm. Und Ringe werfen. Gefolgt von Ernst Eckel. Seinste Süßwaren. Und dem Dschungeldent von Kaiser. Danach folgt der Wellenflug. Und Langos. Von Feinkraus die Winter. Dann machen wir eine kleine Kurve. Und sehen als erstes das historische kleine Riesenrad. Die Räume nehmen wir natürlich auch noch mit. Gefolgt von Just Be Funny. Gefolgt von Just Be Funny. Ein kleiner Biergarten hier. Darf nicht fehlen. Danach die Schiffschaukel. Gegenüber liegend schnelles Candy. Die Original aus München. Gefolgt von der Glücksfontik. Dosen werfen. Und Toiletten. Das Wichtigste. Die dürfen auf keinen Volkfest fehlen. Dann die Burgerhütten. Und Zettels Fotos schießen. Beim Schützenhaus. Gegenüber liegend Münchner Fischbraterei. Und der Diebold Superscooter Autoscooter. Davon gegenüber liegend abgegrenzt der Biergartenbereich. Komplett überflückt bei dem Schönwetter. Und diese Ecke Geras im Biss. Gefolgt vom Naschwerk. Gefolgt vom Naschwerk. Und dem weiteren Dosenwerfen. Zubert aus München. Und als gutes Letztes die Krebsalm. Das war der Rundgang durch Sommer auf der Thoma-Wiesen 2021. Weitere Videos findet ihr beim YouTube-Kanal. Akkido801. Oder besucht mich auf Facebook. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Akkido881. Acht, 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 Reiz.